So meine Freunde, jetzt gibt es hier ein neues Transfer-News-Video zu Hertha und da geht es um Duziak, es geht nochmal um Marseiler und es geht um ein neues Gerücht, was von der Bild in die Welt gesetzt wurde, nämlich Johannes Geis, dass der bei Hertha im Gespräch sein könnte oder dass zumindest mal loses Interesse an dem Sechser vom 1. FC Nürnberg besteht. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran, ansonsten checkt gerne auf dem Zweitkanal den ersten Teil vom Talk mit Benni ab, hat sehr viel Spaß gestern wieder gemacht, der zweite Teil kommt morgen, da sind wir dann auch nochmal detaillierter auf Hertha eingegangen, auch bezüglich des nicht sehr zufriedenstellenden Testspiels. Wenn morgen nichts dazwischen kommt, ich bin morgen noch kurz auf dem Benefit-Fußballturnier von 1892 hilft, dann streamen wir um 15.45 Uhr Rangers gegen Hertha, das letzte Testspiel auf Twitch, ich bin eventuell, streame ich das sogar von dort mit dem Handy oder eben von zu Hause, also morgen gegen 15.45 Uhr. Ja und lasst uns anfangen und zwar mit Luca Marseiler, hatte ich ja die Woche schon ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen, wo ich ein bisschen detaillierter auf ihn eingegangen bin. Sky hatte das Gerücht in die Welt gesetzt, die Bild hat jetzt nochmal darüber gesprochen, dass Hertha sich wohl wirklich mit ihm beschäftigt, aber er Einnahme von vielen sei, die man eben so im Kopf hat und es gilt natürlich weiterhin bei Hertha die Regel, wenn jetzt einer im Winter kommen soll, dann muss vorher auch jemand gehen, sonst haben wir dafür eben nicht das Budget und das sowohl was die Ablösen angeht, aber vor allem eben auch was den Kader angeht und die Gehaltsstruktur. Marseiler selber soll laut Bild wohl sowieso spätestens im Sommer den Drittligisten verlassen. Viktoria Köln hat ja jetzt in der Dritten Liga auch keine Chance, noch um den Aufstieg mitzuspielen. Das heißt, er würde dann in der Dritten Liga bleiben, dadurch, dass er eben wirklich ein überdurchschnittlicher Spieler derzeit dort ist, einer der Topscorer, ich glaube zweitbester Spieler laut Kickernoten, was man auch als Feldspieler erstmal schaffen muss beim Kicker, häufig sind da ja Torhüter ganz weit oben, hat er natürlich mit 26 dann auch den Anspruch, das erste Mal vielleicht nochmal eine Spielklasse höher zu spielen, denn bisher kommt er noch auf keinen Zweitliga-Einsatz, auch wenn er mal ein Jahr eine Intermezzo bei Paderborn hatte, dort ist er aber nicht zu Einsätzen gekommen und da möchte er sicherlich den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Ich glaube aber, so wie es die Bild auch schreibt, ehrlich gesagt erstmal nicht, dass wir ihn im Winter holen, es sei denn, es kommt doch noch etwas Unerwartetes, vielleicht, dass doch noch jemand einen Marc-Oliver Kempf kaufen möchte oder einen Maulieder geht oder was weiß ich. Auf jeden Fall wäre eine Ablöse fällig, die auch gar nicht so günstig wäre im Verhältnis zu dem geschätzten Marktwert und dafür, dass er Drittligaspieler ist. Also Sky hatte ja da von 200.000 bis 300.000 Euro gesprochen. Dann hatten wir ja gestern und schon eine Story über Dudziak durchgelesen von hertha-bsc.de selbst. Jetzt gab es noch ein Interview mit Kicker und der Kicker hat auch nochmal über ihn berichtet und da sind nochmal ein paar interessante Details bei rumgekommen, laut Kicker-Informationen. Dudziak selber hat gesagt, er möchte gerne in Berlin sein, fühlt sich hier wohl auch wohl. Wurde ja eigentlich als Linksverteidiger noch vor Karbovnik verpflichtet, bevor wir den hatten. Wir wissen aber alle, dass er eben auch im Zentral-Mittelfeld einsetzbar ist. Da hat er ja bei uns auch schon gespielt und auch aufgrund dieser fehlenden Kreativität, glaube ich, dass Pari ihn dort erstmal einsetzen wird, sobald er eben fit ist. Vor allem, weil wir ja links auch noch Karbovnik haben und Seevolk hat da ja auch schon gut gespielt. Die Vertragskonstellation wurde mal ein bisschen aufgedröselt vom Kicker. Und zwar ist es so, wir haben ihn ja ablösefrei im Sommer verpflichtet für ein Jahr. Kam ja aus einer schwierigeren Zeit, war ausgeliehen, spielte keine Rolle bei Greuther Fürth. Und es gibt ja laut Transfermarkt.de sowohl eine Abstiegs- als auch eine Aufstiegsklausel. Der Kicker hat jetzt über diese Aufstiegsklausel gesprochen und sagt, Wenn Hertha aufsteigen sollte, dann verlängert sich der Vertrag von Jeremy Duziak automatisch um ein Jahr. Und es wäre gleichzeitig auch noch eine Ablöse fällig für Greuther Fürth oder Angräuter Fürth. Was natürlich den Deal jetzt nicht unbedingt schlechter macht. Also ich sage mal, wenn man jetzt aufsteigt, dann kann man sich das auch erlauben. Und dann ist das auch nachvollziehbar, dass sich das Greuther Fürth bezahlen lassen möchte. Trotzdem finde ich, sollte man mit Duziak, auch wenn er jetzt leider weniger Spiele gemacht hat, als wir uns gewünscht hätten oder als ich mir persönlich auch gewünscht hätte, sollte man langsam in Vertragsverhandlungen gehen, selbst wenn man nicht aufsteigt, dass man ihn halten kann. Weil ich von ihm weiterhin sehr überzeugt bin, von so einem flexibel einsetzbaren Spieler. Mir gefällt seine Technik, ich mag ihn, er fühlt sich hier wohl. Also da sollte man aus meiner Sicht auch weiter dranbleiben, ihn zu verlängern. Auch ohne diese Option, dass er automatisch bleibt, wenn wir aufsteigen. Ja, und dann kam ein neues Gerücht auf Johannes Geis. Wir haben gestern im Talk schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich muss sagen, ich habe immer das Problem, wenn ein Spieler eine Zeit lang mal sehr, sehr gut war, dann erinnere ich mich immer an diese Zeiten zurück und denke, dass er einem dann so weiterhelfen könnte. Aber so ehrlich muss man dann eben sein, wie hat er die letzten Jahre performt? Da hat Benni dann auch ein bisschen den Zahn gezogen. Johannes Geis ist auch immer noch nicht so alt. Ich denke, das wundert mich auch immer. 30 Jahre alt, ihr kennt ihn sicherlich. Sehr, sehr viele Spiele auch schon in der Bundesliga gemacht. Derzeit ist er bei Nürnberg aktiv. 30 Jahre alt, wird im August 31. Ist ein Sechser. Bei Nürnberg ein bisschen außen vor. Hat er zwar von Anfang an gespielt gegen den HSV im letzten Ligaspiel. Hat da auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich glaube auch, das war sehr, sehr auffällig. Hatte sogar einen schönen Pfostenschuss gegen den HSV. War einer der besten Spieler auf dem Feld und auf jeden Fall einer der besten Spieler bei Nürnberg. Aber kommt insgesamt in dieser Saison halt nur auf sechs Einsätze in der Liga. Und vor allem nur auf 205 Spielminuten. Trotz dieses Spiels am letzten Spieltag vor der Winterpause. Das ist ihm zu wenig. Und deswegen sagt die Bild, könnte es sein, dass er bei Hertha aufschlägt. Er hat noch einen Vertrag bis 2025. Sein geschätzter Marktwert beläuft sich nur noch auf 600.000 Euro. Was eben auch mit den letzten Jahren zusammenhängt. Man muss sich das mal vorstellen. Er ist damals zu Schalke, wo Schalke noch so unfassbar viel Geld hat. Ich glaube, es war 2015 vor acht Jahren, wo er 22 war. Damals war er auch noch U-Nationalspieler. Da hat Schalke 2015 10,5 Millionen Euro bezahlt. Wenn man jetzt mal diese Inflation im Fußball bedenkt, dann ist das ja wie heute irgendwie 20 Millionen. Wurde dann ja auch mal für eine Leihgebühr von zwei Millionen an Sevilla ausgeliehen. Und ja, jetzt ist er bei Nürnberg nicht mal mehr Stammspieler. War zwischenzeitlich auch noch mal beim 1. FC Köln. So wie ich ihn damals im Kopf hatte, der Dynamische war er nie. Aber damals war er noch dynamisch. Da war er auch U-Nationalspieler. Hat die ganzen deutschen U-Nationalmannschaften durchlaufen. 50 Spiele von der U16 bis zur U21 gemacht. Fünf Tore dabei erzielt. Ja, aber die Karriere ist dann doch nicht so verlaufen, wie ich sie für möglich gehalten hätte. Beste Zeit definitiv bei Mainz. Bei Schalke vielleicht jetzt auch nicht so schlecht. Allerdings, diese Bürde der Ablösung des hohen Gehaltes konnte er eben dann auch nicht wirklich tragen. Was sind denn so seine Stärken? Auch wenn er jetzt, ja, es hört sich immer so assi an, das so zu sagen, aber eher ein Standfußballer ist. Seine Stärken sind ganz klar in seiner Technik, in seiner Übersicht, wie er den Platz eben abscannt, wie er die Bälle verteilen kann, wie er die Räume sieht. Und vor allem, finde ich gut, dass wir jetzt immer wieder Gerüchte haben von Spielern, die diese Eigenschaft mitbringen, ist er natürlich ein absoluter Standard-Experte und hat auch einen guten Schuss aus der zweiten Reihe. Aber vor allem eben Standards. Gerade damals bei Mainz hat er ja tolle Standards getreten. Bei Schalke dann auch noch, jetzt muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, bei Nürnberg nicht immer in den letzten Jahren. Was hat er denn gegenüber der BILD gesagt? Er sagte, als Fußballer macht man sich immer Gedanken, es gibt so viele Szenarien, im Moment fühle ich mich hier wohl, also Nürnberg, und ich konzentriere mich auf die Vorbereitung. Was am Ende passiert, werde ich mit meinem Berater entscheiden. Im Winter ist ein Transfer immer etwas schwieriger. Er hat auch ein bisschen darüber gesprochen, naja, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste, jetzt muss jede Entscheidung gut abgewegt sein am Ende seiner Karriere. Und es ist auch, wie gesagt, ein Spieler, wenn ich mir das jetzt nochmal so angeguckt habe, wie der bei Nürnberg sich bewegt und wie er so spielt, könnte man auch denken, wenn man es eben nicht weiß, dass er vielleicht sogar schon ein bisschen älter ist. Also Benni hat es gestern eigentlich schon ganz gut gesagt, der braucht auf jeden Fall eine Ballbesitzmannschaft. Das sind wir derzeit definitiv noch nicht. Kann natürlich sein, dass wir uns dahin entwickeln, aber wir sehen ja, wie ich es auch über Buchalakis gesagt habe, dass solche Spieler dann in so einem System Probleme bekommen können. Wenn es eben viel über Einzelleistungen geht, über Sprinten, über Dynamik der Einzelspieler, die den Ball am Fuß haben, dann wird es halt schwer. Ich hoffe natürlich, dass wir uns noch zu einer Mannschaft entwickeln, die Ballbesitzfußball spielen kann. Und dann könnte so ein Spieler natürlich auch eine Verstärkung sein. Ich würde ihn auf gar keinen Fall fest verpflichten, einfach aufgrund der letzten Jahre und der Entwicklung. Da wäre für mich halt einfach nur aus härter Sicht sinnvoll, wenn man sich wirklich mit ihm beschäftigt, eine Laie mit Kaufoption. Aber alleine die Standards sind natürlich eine absolute Waffe. und der verfügt auch über unfassbar viel Erfahrung, muss man einfach mal dazu sagen. Also alleine in der Bundesliga 121 Spiele, 8 Tore, 17 Vorlagen. In der zweiten Bundesliga 149 Spiele, 11 Tore, 31 Vorlagen, was auch gute Bilanzen sind für einen Sechser. Das kann man einfach mal dazu sagen. Aber ist halt schon lange nicht mehr auf diesem Top-Top-Top-Niveau, was er bei Mainz hatte. Und dann eben auch am Anfang beim FC Schalke, wo halt aber die Bürde war mit hohem Gehalt und so weiter. Bei Sevilla kam er dann auch auf 20 Einsätze und eine Vorlage. Aber das war auch nicht so, dass die so zufrieden mit ihm waren, dass sie ihn eben hätten verpflichtet. Er war, glaube ich, aus der Jugend von Greuther Fürth, also kommt auch aus dieser Nürnberger Region, fühlt sich da auch wohl. Hat er auch in dem Interview gesagt, dass er da verwurzelt ist. Nicht nur, weil er da groß geworden ist in dieser Region, sondern auch, weil seine ganzen Familienmitglieder eben dort leben. Also ob er dann nochmal Lust hat, nach Berlin zu kommen, ist auch nochmal ein anderes Thema. Alles noch sehr, sehr weit weg. Wir müssten uns für meine Begriffe entwickeln, damit er uns weiterhelfen kann. Wir haben gefühlt die Probleme vor allem in der Kreativität. Was er auf jeden Fall könnte, ist Bälle eben auch mal vertikal zu spielen, also nach vorne zu spielen und nicht immer nur quer. Das wäre auf jeden Fall was Schönes. Er wäre gut in Distanzschüssen, wenn wir es eben nicht schaffen, uns Torchancen rauszuspielen und gut in Standards. Ansonsten sind wir auf der Sechs ja jetzt auch nicht so dünn besetzt. Also wenn man jetzt so einen Spieler wie Johannes Geis holt, dann müsste man fast überlegen, ob man das Intermezzo aus meiner Sicht mit Buralakis wieder beendet, weil willst du die beiden zusammenspielen lassen? Wohl eher nicht. Du brauchst dann schon einen, was ich gestern noch gesagt habe, was er bei Mainz ab und an mal konnte. Aber das ist jetzt mit 30 Jahren auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Du brauchst dann vielleicht auch neben einem Johannes Geis nicht nur einen, der körperlich robust ist, sondern vielleicht auch mal einen, der ein Box-to-Box-Player ist und auch mal ins Dribbling gehen kann, von der Sechser-Position durch die erste Linie durch und den Ball treiben kann, weil das ist er nicht. Und ansonsten haben wir ja auch noch Talente, wie ein Bilal Hüsse, der dort spielen kann, der auch offensiver spielen kann. Wir haben Clemens und Marton Dardai, die rein theoretisch dort spielen können, auch vielleicht keine Optimalbesetzung sind. Clemens dann schon eher neben einem Spieler. Also mal gucken, ob man das wirklich macht, ob er dann wirklich zu alten Leistungen anknüpfen kann. Aber das Spiel gegen Hamburg, könnt ihr euch ja zumindest mal die Highlights anschauen. Das macht auf jeden Fall ein bisschen Hoffnung, dass er eben noch nicht alles verlernt hat. Und ich glaube nicht, dass er so ein hohes Gehalt mittlerweile mehr hat, weil Nürnberg, glaube ich, nicht so einen hohen Gehälter zahlt. Auch sein Marktwert ist nicht mehr so hoch. Berlin ist natürlich immer interessant für viele Fußballer als Standort. Mal gucken, was da passiert. Ich glaube, das ist erst mal noch nicht so ganz heiß, aber es ist nicht so heiß mit Geiß. Aber ich habe mich erst mal total gefreut, muss ich sagen, als dieses Gerücht aufkam. Aber genau deswegen, weil ich dieses Problem habe, dass ich immer daran denke, wie diese Spieler mal waren. Aber du musst die Spieler natürlich danach bewerten, was haben sie in den letzten Jahren eben geleistet und wozu sind sie jetzt noch imstande. Ich bin mal gespannt, wie ihr das seht. Wir hatten auch schon ein paar geschrieben, dass sie den ganz gut finden. Ich fände den Transfer nicht schlecht, wie gesagt, unter den Konditionen, Kaufoptionen im Sommer. Er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Ablöse würde ich jetzt eher nicht für ihn bezahlen. Und du müsstest halt den Fußball auch dahingehend anpassen, dass er bei uns auch funktionieren kann. Weil einfach nur irgendwelche Spieler zu verpflichten, die gewisse Stärken haben, die aber überhaupt nicht ins System passen. Das bringt nichts. Ich finde, das sieht man bei Bucher Larkes immer wieder, der ja auch immer viel verständlicherweise auch, ich will nicht sagen Hate, aber viel Kritik abbekommt. Ich finde einfach, der passt überhaupt nicht in unser Spielsystem irgendwie. Also vielleicht hatte man sich da auch eine andere Entwicklung vom Spielsystem vorgestellt, als man ihn verpflichtet hat. Weil das, was er jetzt machen müsste, nämlich auch mal ins Dribbling gehen und diese ganzen Vertikalbälle spielen, das ist halt auch einfach nicht seine Stärke. Und Sprintfähigkeit bringt er auch nicht wirklich mit. Und das wäre bei Johannes Geis eben dann auch die Frage, ob das überhaupt so passt. Übrigens meinte Dennis, mit dem wir gestern noch einen Talk gemacht haben, liebe Grüße gehen raus, bester Mann, dass er noch bei diesem Mannschaftsabend war und auch mit Boris Lummen gesprochen hat. Vielleicht traut er sich auch nichts anderes zu sagen, aber Boris Lummen meinte wohl, er hat jetzt kein Interesse nach Leverkusen oder zu Bayern zu wechseln, sondern er möchte hier bleiben. Also wenn das so ist, wenn er da so die Wahrheit gesagt hat, der junge Mann, dann hat das Training, also ihn mitzunehmen ins Trainingslager auf jeden Fall was gebracht. Und wir müssen ja auch sagen, wir haben uns die ersten Minuten von ihm angeguckt, die 30 Minuten im Testspiel. Und da war er eigentlich einer der auffälligsten und einer der positiven Überraschungen im schwachen Testspiel gegen Mechelen. Schauen wir mal, was morgen passiert gegen den Rangers FC. Das wird eine richtige Härte-Prüfung. Ich hoffe, wir kriegen nicht komplett auf den Sack, sodass wir dann richtig demotiviert sind gegen Düsseldorf. Da muss eine zweieinhalbprozentige Leistungssteigerung her und wir müssen mit viel, viel mehr Mut, Kreativität und weiteren Dingen spielen. Dennis hatte gestern ja auch gesagt, dass er sich die Trainingseinheit angeschaut hat, wo Paul Dardai ganz klar gesagt hat, wer auf welcher Position welchen Pass spielen soll. Vielleicht ist es nochmal genau das Richtige. Hört sich natürlich jetzt erstmal ein bisschen an wie in der Kreisliga. Aber Dennis meinte, da standen dann die Spieler so positioniert, wie sie halt in ihren Positionen stehen. Es gab so angedeuteten Gegnerdruck und dann wurde ein Pass gespielt. Und Paul hat immer gesagt, wo diejenigen, die eben ohne Ball sind und diejenigen, die den Ball jetzt haben, sich hinbewegen sollen, wo der Pass hingespielt werden sollen, wie die Laufwege sein müssen. Das ist natürlich sehr, sehr Basic-Arbeit. Aber vielleicht trägt das ja Früchte. Irgendwie schien es ja so, als ob ihnen eben genau das gefehlt hat in dem Spiel. Als ob sie nicht wussten, was sie machen sollten. Als ob sie nicht wussten, wie sie Lösungen finden. Sie wussten zwar, dass sie eine Dreierkette spielen wollen. Sie wussten zwar, dass sie ein Zentrum spielen sollen. Aber wie es dann weitergeht, das war die Frage. Wie man mutig spielt, wie man Räume aufreißt, das war nicht zu sehen, dass sie da einen Plan an der Hand hatten. Also vielleicht ist das genau das richtige Basic-Training jetzt gewesen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch vor allem einen guten Start ins Wochenende. Gestern war es so glatt. Passt bloß auf euch auf. Nicht, dass ihr ausrutscht. Ich hatte das auch schon, als ich mir eine harte Verletzung geholt habe. Also nicht diesen Winter, aber mal einen anderen Winter. Also bitte vorsichtig unterwegs sein. Auch wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid. Fahrrad ist ja fast unmöglich. Nicht, dass ihr euch noch was abholt. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann morgen im Stream sehen. Ich streame vielleicht sogar Sonntag. Da gucken wir uns dann das Benze-Interview mit Dennis von HerthaTV an. Und in diesem Sinne, schönes Wochenende. Macht's gut. Noch eine Woche, dann geht's wieder los. Hau he. Ciao, ciao.